Dies ist Igel Fressi in seiner Futterhütte. Er ist ein wilder Igel, der freien Zugang zu unserem Garten hat und diesen auch regelmäßig verlässt, aber immer wieder kommt, weil er in einer anderen Hütte ein Nest gebaut hat. Wir unterstützen ihn, indem wir ihm Wasser geben und in der Futterhütte lebendige Mehlwürmer und etwas Rührei anbieten. Das mag er total gerne und kommt dann, nachdem er einige Stunden im Garten rumgerannt ist, gerne eben in diese Futterhütte, frisst etwas und legt sich dann in seine Lieblingsecke und kuschelt sich da ein, wie man sieht. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Ich würde mich total über ein Abo freuen und sage mal, bis demnächst. Tschüss! Ich würde mich total über ein Abo freuen und sage mal, bis demnächst. Ich würde mich total über ein Abo freuen und sage mal, bis demnächst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020